Hallo und herzlich willkommen zu meiner Buchrezension von Mirko Trotschmanns Buch Verrückte Geschichte. Dieses Buch ist am 9. September 2016 im Riva Verlag erschienen. Es umfasst 190 Seiten und kostet 9,99 Euro auf Amazon. Geschrieben wurde es von Mirko Trotschmann. Falls ihr ihn noch nicht kennt, er seit 2012 mit seinem politisch-gesellschaftlichen Kanal auf YouTube unterwegs. Davor studierte er Geschichte und Kulturwissenschaften und war Logo-Reporter. Dazu moderiert er noch den MrWissen2Go-Geschichtskanal für Funk und weitere YouTube- sowie Fernsehformate. Dieses Buch ist angelehnt an den gleichnamigen Twitter-Account Verrückte Geschichte. Dieser twittert verrückte und absurde Fakten aus der Vergangenheit. In dem Buch werden diese Fakten ausführlich aufgeschlüsselt und erklärt, so dass sie um die 5 Seiten pro Fakt füllen. Aufgeteilt ist dieses Buch in 4 große Gruppen. Nämlich 1. Einfallsreichtum, 2. BTF, 3. Sex and Crime und als letztes Dumm gelaufen. Einzelne Kapitel sind so aufgebaut, dass zuerst der Fakt in Tweetform steht und der danach ausführlich mit Story erklärt wird. Zwischen den Kapiteln stehen auch weitere Fakten in Tweetform. Wer den YouTube-Kanal TerraX Natur und Geschichte schon länger verfolgt, kennt einige Fakten aus diesem Buch bereits. Zum Beispiel die Tigergerichte, die im Mittelalter vorgeführt wurden, die EU-Hipster aus Großbritannien oder auch einfach die Sicherheitszerge. All dies wurde schon im verrückte Geschichte Format des Terra X Natur und Geschichte YouTube-Kanal aufgeklärt. Trotzdem findet sich in diesem Buch vieles Neues, was sich lohnt zu lesen. Beispielsweise die Geschichte um das DDR-Farstod, das Paris von Baden-Württemberg oder auch das Manuskript in Flammen neu und wurde noch nicht anders als auf dem Twitter-Account verbreitet. Mir persönlich gefällt dieses Buch, da es sich in einem Zug durchlesen lässt, ohne dass es irgendwas stockend wirkt. Außerdem sind die Fakten in dem Buch sehr gut und amüsant erklärt. Was mir nicht gefällt, ist, dass für die Tweets hier in Kurzform keine Quellen angegeben werden. Für die normalen Kapitel gibt es hier Quellen hinten dran, das ist sehr gut, aber ich hätte mir das auch für die kleinen Kurzinformationen gewünscht. Empfehlen würde ich es allen Leuten, die beim Lesen des Twitter-Accounts nicht mehr aus dem Lesen herauskommen, da die Fakten so lustig und spannend sind. Auch würde ich es allen Leuten empfehlen, die Geschichte mögen. Denn wie auch schon im Vorwort dieses Buches hier steht, diese Geschichten werden meistens nicht gelehrt oder auch in Geschichtsbüchern verpackt, davon ihnen kaum einer weiß. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall, dieses Buch zu lesen. Ich hoffe, euch hat mein Buchreview gefallen. Von dem Inhalt wollte ich nicht so viel wegnehmen. Wenn ihr wollt, verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung die Videos von Terex, Natur und Geschichte, dann könnt ihr euch mal informieren, was es da noch so gibt. Und natürlich ist auch der Twitter-Account verlinkt, damit ihr wisst, um was es in diesem Video bzw. in diesem Buch hier geht. Wenn ihr euch für Chemie interessiert, schaut doch gerne mein Buchreview zu Maiti, Nürn Kims Buch, Komisch alles Chemisch an. Wenn ihr nicht genug von Geschichte haben könnt, schaut doch gerne meine Biografie von Galius Jullus zu Herzer an. Diesen Buch gibt es hier verlinkt. Hier unten findet ihr das Buchreview. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Bis zum nächsten Mal. Ciao.